Herzlich Willkommen zu dieser mega Putz-Routine. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich putze jetzt mit euch und los geht's. Ich putze die Zwiebel dazu, einen leckeren Salat. Dann noch mal Kaufe, wenn irgendetwas Öl und Nettat habe ich immer noch Kaufe. Guten Appetit. Dann noch mal Kaufe. 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 Das war's für heute. 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 Ich wünsche euch einen ganz wunderschönen Freitag und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Vlog. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.